Okay. Jetzt ist gerade ein Musterbeispiel, wie man GPS nicht verwenden sollte. Jetzt diesen bitte. So. Alles klar. Könnte einer den Holzanhänger posten bitte? Hallo? LKW? Faktor? Willst du vorwärts fahren? Das wäre großzügig. Ansonsten ist das unter jedem zweiten Video zu finden, weil da ständig nachgefragt wird. Geht sofort los? Da ist der Link. Dankeschön, Nikolaas. Diese Gamerfreie Playlist ist auch sehr, sehr bunt gemischt, sage ich mal, was die Musik angeht. Sehr bunt gemischt, ja. Aber, aber ist okay. Ähm. Genau, dann habe ich heute noch eine Frage gehabt. Ähm. Und zwar haben wir zur Zeit nur einen leistungsstarken Traktor, wirklich leistungsstark. Und zwar, das ist der Xerion. So leistungsstark wie ein Xerion halt sein kann. Ähm. Ich hätte gerne noch eine Alternative. Muss nicht unbedingt diese Knicklenkung oder sonst wie die ganze Grotze heißt. Ähm. Haben. Einfach nur eine Alternative, die ungefähr leistungsstark genauso auf dem Level von einem Xerion ist. Dass man den halt auch mal verwenden können, könnte. Um die Sehmaschine zu ziehen oder, ähm, um, ja ich weiß nicht, eine Überladewagen. Oh, 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 oh. Überladewagen zu ziehen oder so eine Scherze. Ähm. Also da wäre schon, wäre schon ganz cool. Ich hab den, den FEN1050 im Auge. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Oder einen der Fans, 1050, gibt es bestimmt schon zig, zig hunderte. Aber wenn ihr da einen guten kennt, einen guten, der schön umgesetzt ist mit ein bisschen was an IC-Steuerung und schönen Texturen, dann einfach hier damit in den Schall reinhauen, dann werde ich mir den auf jeden Fall angucken. Aber ansonsten fällt mir nur der T9 von New Holland ein und der Quattrack, ne? Ja, der K700. Oder dieser Chivette, oder welcher ist das? Ja. Gibt es dafür bei 15ern, gibt es da was? Modmäßiges. Ja. Nur noch Spin Tires spielen hier. Vom Setting passt das vielleicht nicht so ganz rein. Ja. USA und Russen Fahrzeuge? Nein, 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 nein. Dann werden wir gleich sofort angegriffen von der MT-Basis. Kommt dann Nordkorea und haut dann nochmal einen raus. Was? Da sind sie schon am Fliegen, die mit dem Hubschauer waren. So. Hago. Was macht der Hago? Der wendet gerade. Hago, wie viel Prozent kriegen wir durch eine Bahn ungefähr? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das noch ganz runter schaff. Deswegen... Mal auf die andere Seite wechseln? Ja, komm. Aber dann passt der Kurs wieder nicht, ne? Müssen wir sehen. Ja, ich guck mal. Nee, so eben nicht. So macht nichts. Nimm den Stechstück mit. Ente. Nikolas, was zum Teufel tust du da? Ja, danke. Sieht mir ja nicht ganz so aus. Ja, das kommt davon, wenn man den GPS-Mustle-Kredit sich einstellt. Aber, ist ja kein Problem. Das ist ja nicht schlimm. Mit Targo zumindest nicht so schnell voll. Äh, was? Haben die neuen Folgen von der Tuniksdorf schon angefangen? Die neuen, aufgenommenen. Ich hab auch noch heute. Okay. Habt ihr heute... Ja, bitte? Habt ihr heute schon aufgenommen, oder? Nein, 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 nein. Von Freitag, von der Aufnahme. Oh ja, die sind heute schon zu Ende. Was? Heute war... Heute Abend ist wieder Aufnahme. Was? Yeah. Ja, er hat keiner mehr. Großartig. Freude pur. Das halte ich jetzt für gerückt bei dir. Not. Not Freude pur. Gab sich meine Bandys pur? Gibt's immer noch. Gibt's immer noch? Aha. Glücklicherweise oder ähnlich so? Kommt immer drauf an. Das sagt einfach alles aus. Komm, Nikolaus, bei Fuß. Komm, 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 komm. Komm, komm zum Stückchen. Komm zum Stückchen. Der lässt mir das. Warum hast du eigentlich den Auflieger abgehakt? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Da muss ich mich mit zwei Anhängern rumfahren. Weil er Gas gibt. Äh, nee, nee. Die Aufnehmen werden nicht im Stream gemacht. Das haben wir... So was machen wir nicht mehr. Soll ich da einmal durchbrechen, Haku? Durchbrechen? Ja. Oder nicht so. Nee, sonst kann ich nicht mehr richtig abfahren. Warum kannst du nicht mehr richtig abfahren? Kann er sowieso nicht. Ja, weil er nur mit einem Anhänger fährt. Danke. Jederzeit wieder. Ähm. Die Frage habe ich schon beantwortet, ne? Mit dem Stream und der Aufnahme. Nee, nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Da kommt so viel Counter-Welch bei raus. Counter-Welch? Fühlt sich viel Quatsch. Äh, ich hatte irgendeine Taste. Zum Durchschalten von dem da. Also wenn du kurz vorm Ende abgetankt wirst, schaffst du es locker einmal lang, ne? Äh, war ja eben gerade komplett leer. Darum dachte ich, brech ich da jetzt einmal durch. Aber... Das macht es jetzt auch den Cool nicht mehr unterschiedlich. Ey, du kannst ja die dritte Bahn wieder runterfahren jetzt. Achso, meinst du, weil ich gleich leer bin? Ja. Hm. Jo, jo, jo. Ja, aber was gibt's denn Neues? Habt ihr noch irgendwelche Sachen gekauft? Ähm, neue Fahrzeuge? Nein, Fahrzeuge, ja, hast du die Presse, haben wir. Und den Sammelwagen, und... Und... Ein Sammelwagen, Ballensammelwagen meinst du, oder was? Ja. Okay. Das heißt, du hast die Ballen gemacht, gesammelt und direkt verkauft? Ich hatte drei Anhänger voll, wollte ich mal verkaufen, ja. Was war denn das, Gasballen, Stromballen? Proballen. Mhm. Weil der Pferdehof hier direkt nebenan ist. Okay. Bringt aber nicht ganz Schläge. Kannst ruhig weitererzählen, was da noch passiert ist. Äh, nichts erzählenswertes. Nikolas möchte uns was erzählen, was da irgendwas passiert ist. Ich bin ganz, äh... Boah. Äh. Wie, nö. Doch, doch. War nichts. Nichts wirklich Wichtiges. Ja, ihr könnt auch gerne unwichtige Sachen erzählen. So, was hab ich denn noch gekauft, ähm... Ach so, ja, alles, alles, was kaufbar ist, ist auf dem Mix-Feeder. Was war... Ja, wir haben ja beschlossen, dass wir den Mix-Feeder nicht einsetzen wollen. Einfach aus dem Grund, äh, weil er zu langsam ist für Multiplayer-Projekte aus unserer Sicht. Ähm, dann werden wir direkt auf die Misch-Station, beziehungsweise eine Misch-Futter gehen. Misch-Futter-Station. Wird alles anmischen und wenn das auch nicht mehr reicht, weil ich denke, früher oder später kommt ja auch nicht mehr hinterher, ne? Das denke ich doch. Ja? Wir haben ja schon was eingelagert. Ja, aber wie viel Kühe haben wir denn? Wir haben nicht viele Kühe, wir haben vielleicht 100. Augenblick haben wir 50. Ja, ne, siehst du mir. Meine mal... Wir haben schon 153.000 Misch-Station eingelagert. Wenn wir aber an die Public-Zeiten zurückgehen, wo wir ein paar tausend Kühe hatten, dann schaffst du das damit nicht mehr. Ich möchte jetzt hier keine tausend Kühe haben, aber 500 sollte schon drin sein. Und dann sollten wir vielleicht, je nachdem halt wie weit wir heute kommen, mit Wok auf jeden Fall, ähm, vielleicht mal die Mastanlagen in Betrieb nehmen. Ja. Das könnten wir mal so angehen. Also du schaffst eine Bahn locker. 60% habe ich jetzt durch eine Bahn. Durch. Das geht ohne Probleme. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ich denke, ich werde hier gleich, ähm... Aber sobald wir mit dem Ernten hier fertig sind, werde ich dann anfangen, das Feld zu bestellen. Weil dann könnt ihr hier weiter ernten. Ähm, ich muss ja nicht ganz halt hier nur, äh, ein Dreschen zeigen. Aber danach können wir gerne wieder weg sein beim nächsten Feld, weil ich mit ihm hier durch bin. Ähm, der Xerion, der, die, die Seemaschine ist vollgetankt, ne? Ja. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, genau. Haben wir noch eine kleine Sache gemacht. Wir haben ja den ganzen Forst im Wald quasi vernichtet, razzikal gemacht. Ähm, haben uns aber dazu entschlossen, weiterhin noch etwas Forst zu machen und haben bei Feld 4, was wir oben rechts gekauft haben, haben so ein kleines Waldstück angelegt. Äh, wie viele Paletten habt ihr draufgepflanzt? Es waren nicht viele, ne? Vier gestern. Ja. Ne, ich hab nur drei. Ich hab aber noch einen. Also sind es vier. Also hast du die noch für das Ecke gesetzt, wie die Rest nicht? Natürlich. Okay. Also, ähm, wir sind, ich weiß nicht, pro Palette 20 Bäume ungefähr? Ja, 80 Bäume, ich glaube. Ja, ja. Also es ist nicht viel. Es ist aber ein guter, ähm, ja, Puffer, um einfach ständig ein bisschen Geld reinzukriegen. Wie lange habt ihr jetzt gewartet, bis die ersten Bäume reif waren? Wie viele Tage? Ja, das war jetzt... ...10 Tage gewesen, nein. Aber die waren noch nicht hundertprozentig ausgereift. Ja, einer hat ja mal gesagt, es dauert ungefähr 20 Tage, bis die voll ausgewachsen sind. Kann schon sein. Hast du das gesehen, Hargo? Hast du das gesehen? Ja, da steht noch was. Hargo, kann ich jetzt bei euch anfangen, ja? Ne, du hast es stehen lassen. Ne, du hast es stehen lassen, das kommt von deiner Seite. Ey, Markus wird es übernehmen, ich müsste mal kurz erst mal gehen. So, Hargo, lass es dir schmecken und, ähm... Ja, danke, bis später. Jo. Wie er geschickt der Frage ausgewichen ist, ne? Aber, äh, ich frage das als schweigendes mal Zustimmung und, ähm, ich gehe mal von der positiven... Äh, es gibt auch eine neue Version von... Ja, aber was kann denn die neue Version? Weil der Inspektor-Mod, ähm... Ja, es ist... Ob man das jetzt in blau oder in rosa anzeigt, ist für mich eigentlich fängig. Aber wenn du mir schreibst, was das neue kann, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir die... Wenn die so gut ist, kann man die ja immer wechseln. Es ist ja... Das Skript ist ja nicht groß. De-de-de-de-de-de-de-de. So, ähm... Markus, keine Lust aufs Räschen, oder? Ich bin gar noch ein bisschen zum Räscher. Jetzt weiß ich, da steht immer ein anderes Feldende. Äh...